Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Du hast mich runtergezogen. Schieb mich hoch. Ja, Ehre. Wir steuern das. Hallo, aus dem Weg. Aus dem Weg. Max. Hallo. Falsche Richtung. Okay, I got this. I got this. Schnell da durch, bevor Steffi den wieder verschiebt. Nein. Max, ich helf dir. Kein Problem. Machst du mir endlich mal die Tür auf? Wow, mach mal halblang. Du kannst uns auch helfen. Das ist Teamarbeit. Nein. Komm mal her. Komm. Ich möchte das nicht. Komm her. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ah, lass mich los. Du kommst mit. Ey, ey. Stopp. Mit beiden Händen. Komm. Ich möchte dich ungern anhüpfen. Das sieht im Stream nicht so... Und los. Los, ich fahr das Ding runter. Oh, wow, wow, wow. Das ist eine andere Sache auf jeden Fall. Ey, ich muss den Knopf drücken. Okay, fahr das Ding mal da rauf. You shall not pass. Ist halt so. Sag mal, Max, du solltest das Ding nicht besteigen. So ein Hacker-Beide klettern drauf, Alter. Yes. Was ist mit denen da oben? Tschüss. Los, drück den Knopf. Drück den Knopf. Das ist falsche Richtung. Ich muss den Aufzug aufhalten. Wir sind fertig, bevor die... Oh. Ähm. Ich muss auf dem Ding bleiben. Geh weg von mir. Weiß ich nicht. Hallo, nimm den Karton mit. Was machst du denn da? Ey, die ist so besoffen, ey. Ist das euer Ernst gerade? Ich treff den da jetzt. Ach so. Mann, du musst überall cheaten, ne? Nix kannst du. Das hat Steffi mir so gesagt. So. Und rüber. Steffi, wir müssen da jetzt hochfahren. Schnell drück, bevor sie kommt. Nein! Steffi, geht's oder muss ich dir helfen? Geh da weg. Ah! Nicht mich runter! Hallo, geh doch mal weg! Du musst deine Hand auf meine Wände und zieh. Wer ist das? Das ist Max. Alter, sollst du mal auf so rumzüsten dabei. Ich sehe halt auch nichts, wenn ihr eigentlich... Geht weg! Ich hab den Knopf! Ich hab den Knopf! Ich hab den Knopf! Ich wollte schon immer mal mit euch beiden in der Ecke kuscheln, ey. Ey! Oh nein! Ey! Könnt ihr mal aufhören meine Freundin zu gangbangen? Ach du Scheiße! Was ist hier denn los, ey? Tschüss! Und los! Ey! Okay. Okay. Das ist aber cool. Das ist aber unschön. Und los! Oh, ich bin abgestürzt. Aua. We can do this all night! We got this, Max! Schnell! Die Frauen brauchen noch ewig. Halt dich fest! Ah! Nein! Ich bin runtergefallen! Ich komme, Max! Oh, ich kann nicht da hoch! Auf geht's! Max, ich hab's geschafft! Nein! Ich bin nicht abgestürzt! Nein! Lass mich in Ruhe! Kann mich jemand nach oben ziehen? Du musst die Arme nach oben machen. Rechte, linke Maus lassen. Und dich dann hochziehen. Morgens auf Arbeit lauf ich ähnlich motiviert rum. Ey, hör auf! Nein! 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 Könnt ihr euch ganz nach oben ziehen? Ich komme hier nicht hoch! Ey, verarsch mich nicht! Es geht nicht! Es geht nicht! Zieh mich hoch! Pack mich am Kopf! Oh! Oh, ja! Toll, ey! Hier drunter, das ist ja wie in der Schule! Wow! Wow! Oh, scheiße! Wie war das? Hochmut kommt vor dem Fall! Guck dir sie an! Ich war schon ganz oben! Es kam auf die erste Etage hoch! Ey, ich hab dich! Was machst du? Der dringt mich ab! Ich falle! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Ah! Jetzt fall ich fast! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Tschüss! Warum geht's da runter? Warum sagst du mir das vorher nicht? Ähm, Leute! Was macht ihr da? Ah! 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 Scheiße! Scheiße! Ich hab keine Ahnung, was ich hier oben soll, aber ich bin hier oben! Nein! Ah! Nein! Warum? Ja! Okay Leute! I can do this! Springen! Wuuuuh! Jeeeh! Ah! Halt dich fest! Ich bin drüben, ich bin drüben! Kann ich nicht! Wie komm ich denn jetzt mit dem Seil da rüber? Ja frag mich was leichteres! Bei mir lag es auf dem Boden. Wow! Ich vermute ja ganz stark! Ey Leute! ihr seid ihr... Hallo, ihr müsst nicht mit dem Seil rüber. Hallo. Ihr könnt von da oben könnt ihr hier rüberspringen, die Dinger runter. Aber das mit dem Seil war schon sick, oder? Max, Max, stopp. Stopp. Max. Guck mich an. Nein, Mann. Er hat den Indiana Jones versucht, ey. Oh, Scheiße. Death Trucker, vielen Dank für dein Follow. Hörst du? Auf! Damit! Ich halte mich hier fest. Nö. Er zieht mir die Ohren lang. Hilfe! Oh, Scheiße. Er hat mich im Schwitzkasten. Komm her. Komm jetzt hierher. Easy. Wegejump. Tschüss. Wie sollten wir da so kommen? Ich werde verfolgt. Äh, ihr müsst... Wer ist denn da gerade? Wo seid ihr denn nun gefallen? Ah, Steffi. Oh, Mann. Scheiße, ey. Hör auf! Oh, mein Gott! Er hat mich fortwörtlich an den Eiern, Alter. Oh, Scheiße. Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung, Sie haben da Ihre Hand. Äh, hallo? Entschuldigung. Danke. Oh, jetzt bin ich fast runtergesprungen. Oh, Scheiße. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Auf geht's, Max. Auf geht's. Was machst du da drüben? Oh, mein Arme an. Ach, das geht nicht. Ah, Scheiße. Warte, Max, ich komme schieben. Aber wie komme ich denn da hoch? Ich muss da oben hoch. Da. Ey, warte mal. Was ist das denn hier? Oh, lol. Lol. Warte. Los geht's. Nicht hier hin. Nicht hier hin. Geh auf die andere Seite, du Pfeife. Wie wär's, wenn du auf die andere Seite gehst? Ja, okay. Der Dicke geht auf die andere Seite. Hallo. Du bleibst jetzt hier stehen. Nein, Leute, da stehen. Neeein. Speedboot. Ah. Yo, moin. Ich tröme mich mal vor die Glotze. Hä? Ey, lass meine Hand los. Stopp. Stopp. Das ist mein Haus. Raus hier. Raus. Ey. Ich bin auf den Baum gestürzt. Oh, äh. Das war ich nicht. Das übernimmt die Haftpflicht. Das übernimmt die Haftpflicht. Ähm. Hi, Max, ne? Raus mit dir. Ja, lass mal. Nein. Ich will da nicht. Nein. Scheiße. Okay, Leute. Okay, Leute. We got it. Ich will mal jemand die Tür aufmachen. Danke. Ja, du kannst gleich auf jeden Fall. Ich mach irgendwas komisches. Ich hab vor allem immer mehr rum. Kann immer einer von mir entfernen. Max will einfach nur Leute in den Tod stürzen, der Asi. Sag mal, was machst du da mit dem Feuerlöscher? Aua. Das Ding ist über meinen Kopf gefahren. Auf einmal collectiert da so einen Pinguin raus. Oh, geilen Bulldozer. Let's go. Ich bin so smart. Ich hab das. Warte, ich helfe euch gleich. Ich bin jetzt oben. Ich helfe euch. Ach so, du kannst ja die Kugel schwenken. Nicht anpacken. Nicht anpacken. Nicht anpacken. Lass los. Lass los. Ich muss die Mauer da einreißen. Lass los da. Ah. Ich falle. Ich falle. Ich falle. Lass mich auch mal. Schatz, jetzt lass das Ding los. Komm jetzt weg. Indiana Jail. Hey. Lass meinen Fuß los. Komm jetzt weg. Lass meinen Fuß los. Ich kann nicht umdrehen. Ah. Ich. Stich beim Sitzen. Ich kann das Ding nicht umdrehen. Hör auf jetzt. Ich will das machen. Hallo. Oh Gott. Was ist denn hier los? Jetzt lass mich los. Nein. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Du hast mich runtergezogen. Schieb mich hoch. Ja, Ehre. Wir steuern das. Okay, Max nimmt mich einfach von hinten. Max, jetzt lass mich los. Das kann doch nicht sein. So, wieder zurück. Alter. Max bumst mich einfach gegen diesen Knüppel. Hallo, beiden. Scheiße. Max, falsche Richtung. Hör auf. Hör auf. Wir haben es. Geh weg jetzt. Max. Oh, ich hab's. Nein. Nicht mehr. Max. Du musst an die Kugel. Du musst an die Kugel, Mann. Alle lassen sich an den Ball. Das wird nichts. Oh, oh. Wie er mit den Händen oben einfach in seinen Tod läuft, ey. Okay, jetzt. Stopp, 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 stopp. Jetzt kannst du's tun. Ich geh an den Ball. Wir haben das. Wir haben das. Ich geh an den Ball.